Ja, der Mond und die Mondfahrt. Diese ist in letzter Zeit wieder vermehrt in den Blickpunkt der Wissenschaft gerückt. Seit einigen Wochen gibt es jetzt sogar eine Amateurfunkbarke auf der Mondoberfläche. Diese wendet im 70-Zentimeter-Band. Dort oben im UHF-Bereich spielt die Ionosphäre der Erde keine Rolle mehr für die Wellenausbreitung. Ganz anders dagegen auf der Kurzwelle, denn da ist sie alles entscheidend. Sie reflektiert die Wellen um den Erdball herum. Und wie gut oder schlecht das momentan genau geht, das erzählt uns nun wieder unser Funkwetter-Spezialist Christian Reiber. Delta Lima Acht, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Ja, Conny, auch solche Signale lassen sich durchaus von der Ionosphäre beeindrucken. Für ein Zurückbrechen eines Signals zur Erdoberfläche reicht es natürlich nicht mehr. Aber ein bisschen den Signalweg verbiegen geht schon. Und vor allem werden Amplitude und Phase eines Signals beeinflusst. Diesen Effekt kennt man als Zinsillation und er kann zum Beispiel die Signale von Navigationssatelliten so verändern, dass die Genauigkeit der Positions- oder Zeitbestimmung leidet. Im Extremfall sogar verhindert wird. Und diese Navigationssatelliten sind noch ein ganzes Stück höher als UHF, nämlich im sogenannten L-Band zwischen 1 und 2 GHz. Der Effekt wurde sogar bis über 10 GHz beobachtet. Deswegen werden die Signale von GPS, Galileo und Co. auch von einer ganzen Armada von Hodenstationen gemessen, um feststellen zu können, in welchem Gebiet diese Navigationsdienste wie stark in ihrer Qualität eingeschränkt sind. Das Ausmaß dieser Einflüsse hängt dabei von einer ganzen Reihe von Faktoren ab. Zum Beispiel von der geografischen Breite. Da sind die mittleren Breiten interessanterweise weniger stark betroffen als polare und tropische Regionen. Daneben gibt es tägliche und saisonale Veränderungen. Und einmal mehr mischen auch die geomagnetische Unruhe und die Sonnenaktivität mit. Letztere ist er derzeit auf einem hohen Niveau und in der letzten Woche nach ihrem kleinen Durchhänger wieder kräftig angestiegen. Beim Flux ging es von unter 130 Einheiten hoch auf über 180. Das lag vor allem an einer sehr aktiven Region, Nummer 3615. Unsere ehemalige Monster-Fleck-Region ist übrigens auch wieder da. Sie firmiert jetzt unter 3614, ist etwas geschrumpft, hat aber immer noch das Potenzial für starke Flares. Deren Zahl ist wieder deutlich angestiegen und seit Montag gehören M-Flares wieder zum Tagesgeschäft. Unterstützung kommt von weiteren aktiven Regionen, die dieser Tage von der Sonnenrückseite hereindrehen, sodass der Flux nächste Woche bei mindestens 160 Einheiten gesehen wird. Das Erdmagnetfeld zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt. Die letzte Woche begann mit der Rekord verdächtig ruhig, wie im Aktivitätsminimum. Am Donnerstag war damit aber Schluss. Zwei koronale Masseauswürfe sorgten für einen leichten Magnetsturm. Dieses Wochenende sollte einigermaßen ruhig verlaufen. Danach sorgt ein koronales Loch wieder für ein angelegtes Magnetfeld. Und aufgrund der angestiegenen Sonnenaktivität werden weitere Störungen wieder zunehmend wahrscheinlich. Die mittelle Hinbuft bleibt bei oder über 30 MHz, aber eine leichte Abwehrtendenz deutet sich bereits an. 10 Meter braucht nach Sonnenaufgang zwei bis drei Stunden, um zu öffnen. Die mittleren Bänder bleiben dafür abends länger nutzbar. 30 Meter weiterhin die ganze Nacht. Auf 6 Meter sind jetzt die besten TEP-Bedingungen. Also besondere Ausbreitung auf Pfaden, die in süßliche Richtung den Äquator kreuzen. Und da war noch was. Richtig, willkommen im Frühling. Der Tag ist jetzt länger als die Nacht. Und gleich reden wir auch wieder vom Sommer. Denn jetzt sollte man das 10 Meter Band nochmal nutzen, bevor dort die Sommerpause beginnt. Und Sportartik E wird schon langsam auch wieder ein Thema. Good DX. Good DX.